Hallöchen! Ja, da ihr meine Albenvideos anscheinend mögt und ich natürlich auch hier eine Alben basteln, basteln wir heute noch ein Album. Ich brauche nämlich ein paar, weil ich zufälligerweise ein paar neue Mitglieder hier, nee Mitglieder nicht, Teammitglieder doch, habe und für die will ich halt so ein kleines Danke basteln und deswegen gibt es jetzt Alben am Band. Auf jeden Fall nehme ich heute diesen Block dafür. Ich hoffe, die gefällt euch, der ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube, viele haben den auch und wir brauchen auch heute das Envelope Punch Upboard oder ihr nehmt euch Briefumschläge fertige zur Hand. Und zwar habe ich hier fünf Blätter, die sind 21 x 21 und daraus entsteht ein Briefumschlag, der ist ungefähr 10,2 x 15,2. Wenn ihr größere habt, müsst ihr dann später einfach nur das Cover anpassen. Also es ist ein bisschen, meine sind ein bisschen kleiner als normale Briefumschläge. So, jetzt nehmen wir uns das Envelope Punch Board. Da habe ich mir diesmal die Zentimeter Blatt dazu genommen und weil ich gerne ein Grundmaß von 21 x 21 habe. Das habe ich mir da halt rausgesucht und das lege ich jetzt an und falze zuerst bei 8,6. Also ich lege bei 8,6 an und falze und punche eigentlich. Dann lege ich ja immer mit der Nase an der Linie da an und das mache ich eben rundherum und falze und punche. Und das mache ich dann für alle fünf Blätter. So, jetzt nehme ich noch meinen Eckenabrunder da zur Hand von dem Falzbrett und runde mir alle meine Ecken ab, weil das, wie ich finde, schöner aussieht. Theoretisch muss man natürlich nur eine Ecke abrunden, aber ja, ich mache das halt mit allen. So, dann falzen wir uns einfach alle Briefumschläge durch oder alle werdenden Briefumschläge. Wie gesagt, die Geschwindigkeit ist hier dreifach. Also ich bin dreimal so langsam, wie ihr hier seht. Und ja, jetzt wähle ich mir so ein bisschen aus, wie die Reihenfolge sein soll, also wie ich zusammenkleben möchte. Und danach gucke ich jetzt, ob ich eben die eine oder die andere Seite von meinem Design Papier nehme. Aber das ist ja ganz euch überlassen. Ihr könnt es auch alle gleichfarbig machen. Sieht wahrscheinlich schöner aus oder gleichmäßig. Aber wie gesagt, ich wollte ja dieses schöne, bunte Papier verwenden. Und ja, hier seht ihr jetzt, dass ich zuklebe. Wahrscheinlich ist es geschickt, dann mit Doppelseitigem Klebeband zusammenzukleben, weil das natürlich schneller hält bei Flüssigkleber. Ich gucke erstens mal öfter mal mit einer Seite raus und es dauert ein bisschen, bis es anzieht. Aber am Ende, denke ich, immer hält es dann doch besser. So, jetzt gucke ich nochmal, was mir da am besten gefällt. Und ja, klebe eben alle fünf Briefumschläge zusammen. Ich nehme das jetzt hier mal raus und ich habe jetzt nichts Falsches gemacht bei den Briefumschlägen. Ich werde das einfach jetzt nur rausschneiden, weil das sonst zu lange dauert, das Video. So, alle Briefumschläge sind fertig. Jetzt kleben wir einfach die Briefumschläge immer oben an dieser Verschlusslasche zusammen. Also, so wie ihr es hier seht, immer so ein bisschen Abstand zur Falzlinie da lassen, damit sich die nachher eben zusammenfalten lassen. Also, die werden so wie ein Leporello später aneinander, also zusammengeklappt sozusagen. Also, wie gesagt, alle fünf Briefumschläge sind genauso, wie ihr es hier seht, zusammenkleinert. So, hier habe ich jetzt gemerkt, dass ein Briefumschlag irgendwie ein bisschen größer geworden ist. Also, vielmehr, das stimmt nicht. Die anderen sind alle ein bisschen kleiner geworden. Aber wenn ihr euch an das Maß haltet, dann wären eure Briefumschläge alle gleich. Aber selbst bei mir fällt es am Ende nicht so wirklich auf. Hier probiere ich jetzt aus, wie ich das zusammenfalte, so wie ihr es jetzt hier seht, ist es falsch, sondern genau andersrum. So, ich habe mir Karten ausgestanzt, die sind 10 x 14 groß, beziehungsweise ich habe die Stanze, die größte von Create a Smile genommen, wer die Stanze auch hat. Dann habe ich noch Karten ausgestanzt, die sind 13,5 x 9, auch 10 Stück. Und jetzt klebe ich mir auf die erste Lasche, also mein erster Briefumschlag, der oben ist, bei der Ziehharmonika. Da bringen wir uns jetzt ein paar Magnete an. Das mache ich hier mit Washi-Tape und klebe dann meinen Aufleger, also meine Fotomatte. Das sind ja Fotomatten. Ja, dann lasse ich, also ich versiere jetzt den zweiten Magneten mit Washi-Tape und lasse ihn da rauffallen. Und das ist ja keine Karte, sondern ein Verschluss. Also vergesst das mit den 10 Karten. Das ist ein Verschluss und der Verschluss ist... Hm, weiß ich gar nicht. Naja, einfach eine Verschlussflasche zuschneiden in der Größe, die ihr haben wollt. Und wie ihr seht, falte ich das da auch sehr intuitiv. Ich habe mir irgendwie auch nicht beschrieben, wie groß das da mit der Faltung ist. Aber ihr müsst einfach da zu sehen, dass man da so ein bisschen um die Briefumschläge rumschlagt. Am Ende, das will ich jetzt hier an der Stelle mal sagen, mache ich sowieso ein Band nochmal um alle drum. Also ihr könnt diese Lasche da auch einfach weglassen und unten, bevor ihr die Briefumschläge an euer Cover anklebt, unten einfach Schleifenband anbringen. Und das Ganze mit Schleifenband zuhalten, das mache ich ja zum Schluss. Oh, nochmal. Hier bringe ich aber jetzt, wie gesagt, den Magnet auf die Lasche und habe mir da noch ein Stückchen zurechtgeschnitten Papier, was ich eben auf das Magnet raufmache. Also ihr seht, dieses Album ist eigentlich ganz einfach, aber da ich es zum ersten Mal mache und es dann doch nicht so einfach anscheinend ist, wie unser letztes Album, verhaspel ich mich hier auch immer so ein bisschen. Aber so ist das eben beim Basteln, man muss sich da nur zu helfen wissen, weil man merkt, da läuft irgendwas falsch. Wie gesagt, und eigentlich, wer es jetzt hier schickt, unten, also nicht hier oben, das ist ja oben, und unten einfach Band anzukleben. So, jetzt kommt der Teil mit, indem ich einfach die ganzen Fotomatten da hinten auf die Briefumschläge, also eigentlich auf die eine Seite der Briefumschläge bringe, also die geschlossene Seite, da bringe ich alle. Also alle sind so mit nur vier oder fünf an und die anderen, also ich habe ja zehn Karten, die anderen sechs Karten, glaube ich, oder fünf, die kommen dann in die Taschen hinein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier seht ihr nochmal ganz gut, wie ich das gefaltet habe. Also immer die offenen Seiten nach innen. So, dann habe ich die Reste zugeschnitten. Einmal in 13,5 x 9, 10 Stück. Und dann nochmal 9,3 x 15, auch 10 Stück. Dann habe ich hier zwei Buchringe. Am Ende sind es dann grüne. Die sind ca. 3 cm. Also je nachdem, was ihr da sah habt, müsst ihr halt mal sehen. Und hier zeige ich nochmal, dass ein 9 x 13 Foto da halt gut drauf passt. Und die kleineren Kärtchen, da kommen jetzt immer zwei in die Umschläge rein. Da kann der oder diejenige sich dann einfach selber aussuchen, ob sie da eben noch Fotos draufklebt oder journalt oder whatever. Oder whatever. So, der ein Band ist zweimal, braucht ihr 17,5 x 12 und einmal 5,5 x 17,5. Also die zwei sind halt für die Buchdeckel und das eine für den Rücken. Das schlage ich mir jetzt ein. Nach dem gleichen Prinzip wie immer. Also erstmal Teppichklebeband ist hier auf eine Seite anbringen. Und was noch offen ist, mit normalen doppelseitigen Klebeband. Dann schön feststreichen mit der klebrigen Seite. Also Schutzfolie abziehen mit der klebrigen Seite auf mein Designpapier. Also auf die nicht verwendete, zu verwendete oder zu verwendeten wollende Seite aufbringen. Und dann hier in dem Fall habe ich dicken Cardstock als Einwand verwendet. Ihr werdet sehen, dass ich auch sehr lange und vorsichtig die ganze Knicke und vorher auch mit einem Falzbeil die an den Kanten entlang gehe. Also hier bringe ich es auf, wie gesagt, erstmal beide Seiten. Wir machen heute auch einen anderen Einwand als sonst. Wie gesagt, hier bringe ich die auf. Wundherum habe da einen circa zwei Zentimeter großen Rand. Jetzt gehe ich schon mal mit meinem Falzbein an den Kanten entlang, schön vorsichtig. Nicht, dass er dabei schon einreißt und dann ganz vorsichtig und langsam immer wieder biegen, bisschen liegen lassen, Falzen biegen, bisschen liegen lassen und dann so ganz vorsichtig mit den Händen entlang an der Kante. Also wirklich bei so dicken Papier ist das ein echter Prozess und teilweise ist es mir auch ein bisschen auch einigerissen. Das ist auch der Grund, warum ich eine andere Art des Einwandes gewählt habe, weil hinten der Rücken, da reißt der immer besonders schnell, weil die Spannung am höchsten ist. Hier bringe ich jetzt auf jeden Fall erstmal auf den Pappeteil doppelseitiert Klebeband an, also wirklich nur an den Kanten rundherum. Je nachdem natürlich, wie breit euer Umschlag ist, bei mir ist er ja nicht so breit, deshalb habe ich hier nur auf die Pappe, ach nee, oben und unten ist das ein bisschen mehr Papier. Deshalb bringe ich dann eben auch noch auf das Papier was an und nicht nur auf die Pappe. Ja, das Ganze natürlich schön feststreichen, damit sich das Klebemittel mit dem Papier verbindet. Dann wieder bis zum Falzkreuz einschneiden, also so ein kleiner Überstand immer an den Ecken lassen, damit die Ecke nicht vorschaut. Ja, das mache ich dann rundherum. Dann mache ich schon das Klebeband ab. Das solltet ihr aber nicht machen, sondern erst, wenn ihr wirklich vernünftig vorgefeilt habt. Also die Karte jetzt hier anscheinend schon. Aber bei dem anderen mache ich es, glaube ich, nochmal vorsichtiger. An den Ecken mache ich da immer so ein bisschen Kleber dran, weil da natürlich kein Klebeband mehr ist. Da ist ja schon Papier drüber. Dann fummel ich mir noch die Ecken so ein bisschen zurecht, seht ihr ja, mit dem Falzbein. Drücke ich die so ein bisschen an, dass da nichts übersteht. Und ja, der erste Buchrücken ist fertig. Dann Nummer zwei, die gleiche Prozedere. Ich spreche hier heute übrigens das Voice-Over über dem Kopfhörer ein, weil ich ja immer so oft gegen mein Mikrofon am Handy gekommen bin. Dann gab es ja immer so Knall. Könnten wir ja gerne mal schreiben, wie ihr den Ton so findet. Und ob ihr das jetzt angenehmer findet oder zu leise, zu laut, was immer. Und ja, ansonsten habe ich ja auch meine Unterlage wieder weggenommen, weil das Papier ja immer irgendwie so schnell dreckig wurde und ich das immer wieder weggeschmissen habe. Das ist ja dann auch ein bisschen, ja, nicht zielführend. Dafür habe ich ja eigentlich die Glasmatte. Deshalb blendet euch das jetzt wieder ein bisschen. Tut mir leid. Bei Gelegenheit werde ich mir mal eine schwarze Platte kaufen. Und so, jetzt seht ihr auch nochmal, dass ich immer mit dem Falzbein so ein bisschen an den Kanten entlang gehe. Also immer schön vorsichtig knicken bei dicken Papier. Ja, aber jetzt wieder einfach alles abziehen und dann sind unsere beiden Cover eingeschlagen. Das ist ja dann auch ein bisschen, ja, nicht zielführend. So, jetzt habe ich mir noch zwei Blätter zuschnitten, die auf meinen Innenseiten der Cover kommen. Das ist auch aus dem Block halt das gleiche wie das weiße, nur in grün mit Schrift. Das bringe ich mir jetzt hier schon auf, ist aber eigentlich nicht richtig, weil ich mir jetzt gleich noch, also besser wäre, das noch nicht anzukleben, sondern erst den Verschluss anzubringen, den ich später anbringe. Aber, ja, ich habe es jetzt hier halt schon aufgeklebt. Ihr werdet gleich sehen, dass es besser ist, erst mal noch nicht die Innenseiten einzukleben. Das ist jetzt hier mein Mittelteil, ihr Wesen. Also, mein Rücken, den binde ich mir jetzt auf die gleiche Weise ein wie meine beiden Cover. Also, wie gesagt, wir machen ja heute eine andere Art des Bucheinbandes. Und das schlage ich mir jetzt halt, wie gesagt, auf dieselbe Weise ein. Schön vorsichtig und langsam knicken und einschlagen. So, wie gesagt, wir machen ja heute eine andere Art des Bucheinbandes. So, wie gesagt, wir machen ja heute eine andere Art des Bucheinbandes. So, wie gesagt, wir machen ja heute eine andere Art des Bucheinbandes. So, hier seht ihr, dass ich mir die grünen Seiten schon wieder gelöst habe vom Innenteil des Buchcovers. Hier habe ich ein Papier, was 17, also so hoch ist wie meine Seiten. Und da messe ich mir ab, wie viel denn auf meiner Seite kommt. Also angeklebt wird auf meinen Buchdeckel. Also das ist ca. 17 cm breit und 17,5 cm hoch, aber das müsst ihr euch so ein bisschen anpassen an die Buchseite. Dann nehme ich mir meinen eingeschlagenen Buchrücken und klebe ihn auf die Seite, die nicht nach außen soll. Bei mir sind das hier die Blumen, nach außen soll bei mir die grüne Schrift. Das versägt mir auch mit Sticky-Tap, weil das so besonders gut halten, weil das ja unsere Verbindung zwischen den beiden Buchdeckeln ist. Und da vielleicht ein bisschen mehr Zug ist oder so, aber eigentlich ist es innen, wie gesagt. So, jetzt nehme ich mir wieder meinen Falzbein und Falze an den Kanten entlang und forme mir mein Papier jans vorsichtig um diesen Buchrücken herum. Und wie gesagt, das ist immer, wie gesagt, ihr seht ja hier, das ist innen, das ist nicht außen dieser Teil. Rechts und links sind im Prinzip unsere Klebelaschen. Ja, man sieht das jetzt hier nicht so gut, aber ich halte mir auf jeden Fall jetzt das schön dicht da an das andere Buchcover an und mache mir einen Strich, weil es ja nicht zu 100% anliegt. Also ihr seht da den kleinen Strich und da, ab da schneide ich so leicht schräg ein, weil wie gesagt, das sind meine Klebelaschen. Ja, und das gleiche man heigt dann eigentlich auf der anderen Seite. Deswegen heigt jetzt da auch nicht so genaue Maße für das Papier, wenn die Klebelaschen jetzt auf der einen Seite ein bisschen größer, auf der anderen Seite kleiner sind, ist das worst. Wichtig ist nur, dass ihr da auf jeden Fall eine kleine Lücke lasst, im Prinzip wie immer zwischen Buchrücken und Buchdeckeln. Also das sind so drei, vier Millimeter und da an dem kleinen Strich, den ich mir da gemacht habe, oben und unten, da entlang bringe ich mir auch dann mein Klebeband auf und da nehme ich jetzt Sticky Tape und nur Sticky Tape, weil wie gesagt, das soll jetzt ja da schön meinen Buchrücken halten. Da ich das hier nicht so genau zeigen und erklären kann, verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox mal das Video, wo ich diese Bindung mir, also die haben schon tausend andere gemacht, vor allem spanische YouTuber verwenden die häufig, aber ich habe eine Deutsche gefunden, die das gemacht hat. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht, aber ich verlinke es euch unten, da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt nochmal die nochmal lösten Innenbuchdeckel wieder an oder Innenverzierung angeklebt, was aber auch im Prinzip jetzt schon nicht nötig ist. Das ist, wie gesagt, die Verzierung der Innenseiten oder der Buchdeckel, die würde ich erst anbringen, wenn ihr dann auch den Verschluss angebracht habt. So, hier seht ihr nochmal die Bindung, ich finde es toll. Aber, ja, könnte den einen Back auch so machen, wie ich das sonst bei anderen halben mache. Ich schneide mir jetzt hier schon mal eine Rose aus dem Designpapier aus, weil die würde ich wahrscheinlich vorne auf meinen Cover machen. Ja, das wollte ich nur nochmal zeigen, dass ich meine Deko im Prinzip aus dem Papier entnehme, weil ich dazu passend jetzt nicht so viel habe. Ich verwende nachher noch ein paar rausgestanzte Blüten von diesem neuen Stanz-Set, was ich da habe von Stampin' Up. So, mal ein bisschen aufgeräumt und jetzt braucht ihr Gummiband, die Croppadile oder ein Stechwerkzeug und ein Bread. Damit verschließe ich nämlich mein Album. Ich habe hier noch so ein Bread von Action. Irgendwie finde ich ja, dass Action keine Breads mehr anbietet. Das finde ich ein bisschen schade, weil auch so man kaum noch welche kriegt und ich das Jana als Verschluss nehme. Ihr seht, ich habe mir erst mal mittig, also Pi mal Daumen mittig, ein Loch stochen. Da pieke ich mein Brett durch und klebe den hinten mit normalem Teser-Band an. Deshalb wäre es jetzt eigentlich clever, wenn es unter der Verzierung wäre, aber wir kleben ja noch die Briefumschläge drüber. Dann habe ich mir hier einfach ein Stück Gummiband um den Brett rumgemacht. Der Brett muss natürlich ein bisschen abstehen von dem Buchdeckel. Ja, ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier hochklebe. Achso, genau. Ich lege mir mein Innenteil natürlich rein, weil ich so ein bisschen die Spannung ermitteln will des Gummibandes. Genau. Ja, jetzt zeige ich euch, dass es da ingerissen ist. Jetzt bringe ich, wie gesagt, mit mittig, so Pi mal Daumen auch mittig, ausgerichtet zu dem, seht ihr ja, zu dem Knopf vorne, mache ich mir ein Loch mit der Cropel da rein, also mit der großen Seite. Und habe dann noch ein Islet, mit dem ich das Loch verziere, also vorher, ja, das ist jetzt falsch. Ach nee, ist richtig. Erste Gummiband durchziehen, genauso wie ihr es hier gesehen habt, einfach und dann das Islet draufziehen und dann festdrücken. Ich gucke auch das Video zum ersten Mal gerade genau wie ihr und bespreche das so und wenn der Islet fest ist, dann kann man mit Zug das Gummiband abschneiden, dann guckt auch nichts mehr vor. Ja, jetzt habe ich mir so eine Schablone gemacht, wie meine Löcherabstände von den Seiten sein sollen. Also diese 15 x 9,3 Karten, die, da habe ich mir, wie gesagt, eine Schablone gemacht und habe mir die da eingezeichnet. Also ich habe mir das einfach abgemessen. Die sind ein Zentimeter, glaube ich, von oben entfernt, von der Seite halt so, habe ich ja angelegt. Pi mal Daumen kann ich euch ja nicht sagen. Ihr habt es gesehen, wie ich es gemacht habe. Jetzt suche ich mir noch Islets raus und zwar auch so eine Grauen sind das. Ihr könnt auch Weiße nehmen oder was zu eurem Papier halt passt. Ich finde es schön, das mit Islets zu versehen, weil das natürlich ja immer unter mechanischer Beanspruchung steht und dann auch länger hält. Aber ihr könnt auch nur Löcher da rein dremmeln, wenn ihr so eine Islets nicht habt oder auch keine Krabbe da hält. Weil dann könnt ihr einfach mit einem Locher da Löcher reinmachen. Das funktioniert genauso. So, ja, jetzt gucke ich mal noch, ob sich das schön hoch und runter klappen lässt. Ja, Daumen oben, passt. Und jetzt loch ich meine ganzen 10 Karten oder es sind so ja 12, wir wollen alle Reste, die ich so gefunden habe und die so in der Größe sind. Das ist jetzt einzeln, was aber Quatsch ist. Ihr könnt die einfach schön übereinander legen und mit Klammern befestigen, zusammendrücken, so weit wie ihr das hier gleich seht. So, genau. Und dann halt mehrere auf einmal durchlochen. Da habe ich dann auch gemerkt. So, das ist jetzt fertig. Also alles in die Ringe drin gemacht. Und dann habe ich meine Seiten. Wie gesagt, da passen jetzt auch Fotos 9x13 rein. Jetzt zimmische ich mir noch mein Eyelet, der da vom Gummiband so auf der Rückseite ein bisschen hässlich aussieht, verzieren. Deshalb schneide ich mir jetzt auch wieder ein paar Rosen aus dem Papier aus. Und dann hatte ich noch so einen Rahmen. Also ich habe ja für eine Karte damals, hatte ich das Papier auch verwendet für meine Schüttelkarten. Und da hatte ich noch so Rahmen irgendwie übrig durchs Ausstanzen. Und da habe ich noch so einen Rahmen mir ausgestanden. Das wird er gleich sehen. Hier klebe ich aber auf jeden Fall die Rosen über das Eyelet, damit es nicht so hässlich ist. Das kann man natürlich verhindern, indem man das Designpapier erst aufklebt, wenn das Eyelet schon durch das Album gemacht wurde. Aber so seht ihr, wie ich mir zu helfen wisse, wenn das mal ein bisschen schiefläuft bei mir. Und wie gesagt, bei dem Album läuft wieder mal eine Menge schief. Gar kein Vergleich, das andere. Da war ich so stolz auf mich, das letzte Album, das ich hochgeladen hatte. Das lief ja wie Schmitz Katze, aber es lag daran, weil das so einfach war. Das ist wirklich das einfachste Album, glaube ich. Und das hier ist jetzt schon wieder, naja, kompliziert würde ich es nicht sagen, aber durch den neuen Buchrücken und so ist das doch eben neu für mich und nicht so einfach. Ja, und dann klebe ich den Rahmen auf. Aber nur an drei Seiten habe ich da Kleber befestigt, damit man von rechts noch ein Bild einschieben kann. Dann habe ich noch über den Rahmen noch ein Blümchen geklebt. Überlege, ob ich noch irgendwas verziere. Aber nee, das reicht. Wie gesagt, das Papier ist so auffällig und unruhig, da mache ich auch nicht viel Verzierung hin. Ja, jetzt bringe ich mir Sticky Tape auf die Rückseite meines Briefumschlags Liporellos. Natürlich darf auch nicht ein bisschen Kleber fehlen. Weil ich traue dem Braten immer nicht. Und hier wäre der Zeitpunkt gewesen, das Band anzubringen, was um alle Prüfumschläge rum erreicht und sie zusammenhält. Das habe ich dann hinterher erst festgestellt. Aber ja, erkläre ich euch gleich nochmal. Und ihr macht das ja alles richtig, weil ihr seht mein Video vorher, bevor ihr einen Fakt zu basteln und wisst dann, wie es am besten geht. So, ihr Hasen, ich habe mal ein anderes Licht angemacht, weil jetzt ist schon dunkel draußen und Abend und Nacht. Komm mal ein bisschen dichter. Also hier seht ihr meine Bindung. Ich habe mich jetzt noch entschlossen, die Ringe auszutauschen und nicht in lila. Das hat irgendwie nicht gepasst, sondern in dem grünen. Ach, dazu vielleicht das grün hier. Hier habe ich Schleifchen ran gemacht. Hier genau die gleiche in Bombeermousse. Hier habe ich nochmal von diesem schönen perforierten Blüten, oder wie das da heißt, von Stampin' Up. Und für mich, ihr habt ja gesehen, war das auch nicht so einfach. Das war eine neue Bindung. Also nicht Bindung, sondern, naja, Bindung auch irgendwie. Aber dieser Rücken hier, wie ich mein Alben sonst mache, wisst ihr ja. Aber ich wollte das schon immer mal probieren im Nachhinein. Also es soll auch verhindern, dass hier so die Kanten reißen, weil auch häufig reißt der bei dicken Papier hier an der Kante das. Und das tut das hier auch ein bisschen, aber es fällt dadurch, dass es eh so eine Kante ist ja nicht so oft. Beim nächsten Mal würde ich, glaube ich, die Lücke noch etwas größer lassen. So, dann machen wir mal auf. Hier habe ich auch nochmal nachgebessert, weil ohne diese Schleife würde, habe ich dann festgestellt, ist das hier so aufgeklappt, wenn man es hier öffnet hat. Deshalb habe ich dann im Nachhinein ohne euch hier hinten, das sieht man jetzt auch so ein bisschen, die Schleife noch drunter gesetzt. Genauso hier habe ich das dann kaschiert mit so einem Band. Vielleicht mache ich hier auch noch irgendwas Schönes hin. Aber so hält das wenigstens zu. Ja, und dann, wie gesagt, hier noch die, ganz normal die Blätter, das habt ihr ja schon gesehen. Hier kann man ja auch, jetzt wenn man will, muss man ein bisschen, das wird nochmal abpudern, weil ja darunter die doppelseitige Klebepads sind. Also hier kann man auch ein Bild drunter schieben, wenn man möchte oder halt ein kleines irgendwie drin machen. Damit hatte ich ja den Brett kaschiert. Also wie gesagt, das wäre schick da, so etwas vorher anzubringen. Und ja, am Anfang hat mir das ja ja nicht, also hier hinten ist nichts weiter passiert, am Anfang hat mir das ja ja nicht so gut gefallen. Das kriegt Tanja, eine meiner Demos. Die kriegen also bis jetzt jedenfalls, weil natürlich irgendetwas kleinet ihr basteltet. Und bis jetzt habe ich halt Alben gemacht, weil ich das ja auch gerne mache und weil das ja meine Spezialität ist, wie ich finde. Und ich frage halt vorher, was für Farben oder Stile sie mögen und sie meinte halt, sie mag grün, rot, lila. Ja, das sind so ja nicht meine Farben, aber ich hatte zufällig diese schöne Papier hier von Action und ich fand, das hat jetzt so ein bisschen widergespiegelt. Ich hoffe, also und sie meinte auch nicht niedlich oder irgendwas und sie mag Knöpfe und ungewöhnliche Materialien, die habe ich jetzt nicht so, aber das ist ja beim Album auch nicht immer möglich. Knöpfe habe ich hier den Brett deswegen angebracht und ja, ich hoffe, ihr gefällt es. Mir gefällt es jetzt doch total gut. Die hat mir jetzt auch wieder so, dass ich es ja nicht herheben möchte. Aber ja, ich kann es mir jederzeit selber basteln. Wenn euch ein bisschen mehr Mühe gibt, dann werden die Briefumschläge auch alle gleich groß. Aber bei mir könnte man ja jetzt auch denken, das soll so. Ich bin gespannt, ob das hier hält, wie das hält. Ich hoffe, die Tanja sagt mir das dann. Im Zweifel bastigt ihr halt nochmal neu etwa. Hoffentlich nimmt sie mich nicht beim Wort. Und ja, also ich hoffe, euch hat es auch wieder gefallen. Wie gesagt, in Zukunft kommen schon häufiger Alben, weil ich jetzt gerade so drin bin und mir das eben auch am meisten Spaß macht und ich auch ein paar Alben brauche. Und ja, dann danke ich euch für eure Geduld. Schreibt mir gerne eure Meinung und Wünsche in die Kommentare. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.